mal besser so wollen jetzt so ein boutique so eine kleine boutique ähm ja ähm werde ich jetzt weiter machen primavera können wir noch gehen von daher kann sogar kein anderes können der exhibition hall ich habe kein Geld von daher ok wo ist diese exhibition hall eigentlich? ich sehe da nicht immer was warum sagt mir das hier noch? oder 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 Ich habe es, passt. Und das sind die Today's Exclusive, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Let's kissen. Terror is inspired by the Earth. Ist ja nicht so, als würde Terra nicht Erde bedeuten. Ist ja nicht Latein oder so. Ich meine, ich kenne mich zwar nur ein bisschen aus, aber ja. Ich nehme mir sowieso immer die Today's Exclusive Speed wahrscheinlich. Wie viel soll ich mitnehmen? Ich weiß nicht, genug soll ich mitnehmen. So, 10. Ich kann eh nur 10 mitnehmen. 480, die nehme ich auf jeden Fall mit. Continue Shopping, bitte. Hier nehme ich 10 mit. 6 Euro, das Stück. Ich verkaufe das um 12 Euro, das Stück nachher. Oder ich hoffe halt, dass ich dann mein... Dings machen kann. Ich habe mir einfach 10 von jedem mit. 6 Euro, das Stück. Ich verkaufe das um 10 Euro, das Stück. Ich hoffe, dass ich dann mein eigener Dings machen kann. Meinen eigenen Preise. 6 Euro, das Stück. Ich habe mir dabei. Das Exklusives habe ich schon. Gut. Achso, ich kann einfach das Quand anziehen, was wir im Stock haben. Oder wie? Warum? Ich tücke die Minus. ich habe mein geld 1230 32 die karte verkauft ist um 6 euro und dann mit 30 euro also ok preislich her und vom preis her kann ich nie richtig einschätzen aber 120 euro bist du ok jetzt steht da dass ich das bewegen kann auch so weiß es noch nicht da übrigens kann man so ganz nebenbei so gehen wir zu primavera das spiel ist ziemlich cool ich hätte es nicht gedacht erwartet werde öfter so es wird der erste musik es wird der erste Soll ich diese geben? Diese Tie-Dye Chins? Ich weiß nicht, aber... Ich würde sagen, das passt am besten zu ihr. Aber so wie ich die habe, ich würde diese geben am besten. Ich würde sagen, dass ich nur 10 mitnehmen habe. Ich hätte mir gerne einen mitgenommen. Okay, das Top sollte so vielleicht mal anders anziehen. Das ist irgendwie zu der Hose. Ich bin auf den Preis gegangen. Entweder 120 oder 30. Das war einfach nur mal eine Frage. Es hätte beides wahrscheinlich gepasst. Aber ich hätte auch gesagt, sie möchte so eine wie ich sie trage. Keine Ahnung. Aber ich hätte, was es im Moment gegeben hat. Wie sieht man die Hand so hinter dir dritt? Ah ja wir haben ja auch das sind solche komische Dinge, oder? Genau Ah schau, da ist ja unser Miss Zoe Ah ja das ist die Musik, oder? Oder das andere auch Äh die kenn ich glaube ich auch, oder? Ich möchte es schon lesen, oder? Soll ich ein Katalog, oder? Ich glaube ich gehe mal zu der Exhibition Hall, wir dann schauen mal was das los ist Hardly stress Wooh Damn, da ist ein Son of a Cop Das heißt, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen Ich glaube ich habe es schon Stop Stock etwas Fuck das kostet so viel Dünn Ah, mir ich habe kein Geld Was kein Geld Das sind 3 was wir kontinuieren möchte von jedem was mitnehmen so wenig 800 schopf und es muss ja das habe ich hier eine gar nicht wie viele mitnehmen so gut den katholik land das spiel ob sich das da vielleicht noch ausgeht, das ist sehr weniger. Ich nehme mal das mit. Die anderen soll es ja immer noch geben. 200 Euro, 20 Euro das Stück. Aber das sollten wir bald wieder drinnen haben. Ah, ich wollte euch das nicht mehr noch. Genau. Oh Gott. Das geht sich nicht aus. Ich kann noch die 6 Euro T-Shirts mitnehmen. Also jeweils 10 Stück. Und dann weiß ich nicht. Das wird sich nie ausgehen, 5 Stück. Das ist jetzt so 5 Stück aus. Okay. Das ist wirklich gut berechnet. Aber ich wollte von Dings, von Capsule auch noch was mitnehmen. Oder Capsule. Das ist tatsächlich raus. Etwa. 4 Euro. 10 Stück. Etwa. Ich tue jetzt mal das ganze Geld. Oder so viel Geld wie möglich. So viel mitnehmen wie möglich. Komm mal herz. Ich will kein Geld ausgeben. Ich will den Shop auf Vordergrund bringen. 5 Euro. Wow. Continue Shopping. Was haben wir denn hier? Gibt es irgendwo so 5 Euro, 6 Euro, 20, 6 Euro. Ah ja. Gibt es da nix. Daily Dings. Kein. Ich will das nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. das anziehen. Ist das ein Rot, ja? Sieht das gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, genau. Das ist so ein typischer Film-Dings. So richtig so wie im Film. Nichts, ich brauche die Lenschein, möchte ich wieder haben. Okay. Und was haben wir denn? Leguaners nennen. Schuhe, genau, die Schuhe sind durch. So was für Schuhe nehme ich hin? Okay. Und ich habe aber kein Geld. Oh, das sieht sehr gut aus. Dann bekomme ich eigentlich mein Wohn. Hallo, guten Tag. I'm going to move to a country house. 48 Euro. Kamisouls. Terra. Kamisouls Terra. Das sind Kamisouls. Google. Kamisoul. Top. Top. Achso, das sind zu weiß. Achso, ich fische hier schon. Du hast Ansprüche. So, das ist so ein Kamisoul. Herd, hart Kamisouls. Hier steht er dabei schon. Kamisouls. Terra. Huh. Sieh dir das an. Ich habe sogar Terra. Kapsotera. Habe ich auch Kamisoul. Aber wenn es... Ich weiß nicht. Die auch durch das Geld... Aber ich denke, das passt mehr zu ihr, wenn sie von Land aus zieht. Take a look. Exzellent Chance. Ähm, Google Tab können wir schließen. Open the curtain. Machst du es selber. Ja, okay. Das Blau hätte wahrscheinlich... Möglicherweise besser gepasst. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Ja, das bedeutet irgendwie besser gepasst. Aber trotzdem. Es geht ums Geld. Ich habe ganze 5 Euro noch drin. Ich weiß nicht. 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 Leiderきた. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ihre Begr président-W protokoll知et. 80er Jahre Cardigan Google Cardigan Ah, ok Er ist ein anderer Da sind wir nach HaldeICK Mit den Sonata Geovana Scheiße, Mann! Bitte, ich möchte... Cardigan, Cardigan... Bitte? Ich will nichts sagen... Wer ist denn mit? Danke, sehr. Danke, sehr. Ach so, dass dieses Blaue ist, ist das okay. Wow, ich werde viel kaufen können. Ich werde ganze zwei kaufen können. Ich hätte ein Basket. In der Schöpfung. Oh, ah. Ich habe es gecheckert. Tutel! Ja, bitte, tschüss. Danke. ... ... ... ... ... Ich habe gar nicht gewusst, dass Glatter du hast zu wenig Geld das ist der einzige Cardigan das ich habe warum schau ich eigentlich Oh Lehrer, Rudi Rudi Carmel 84 EUR Gratuliere Du kannst da eh nicht kaufen, du hast zu wenig Geld du hast so wenig geld schätzchen das geht sich nicht aus der folge sind du hast jetzt 40 euro her sicher willst du uns wieder besuchen wie viele andere boutique gibt es eigentlich in dieser stadt die so erfolgreich sind wie hier keep it up girls ja ja so bitte die klappe halten danke bitch tage einmal dasselbe von mir ja 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 ne du Es ist hässlich, das passt nie zusammen Bitte, ihr habt keinen Modogeschmack, glücklich, fragt ihr mich am besten, was er ansehen soll Das ist türkis, das ist auch wieder schwarz, das ist lila Das türkis passt einfach nicht hinein Das ist, als würdest du einen Nadelbaum pflanzen in einem Laubwald Das passt nicht dazu Warum versteht das keiner? Das ist genau dieses Götter Wir haben hier genau dieses Götter gegeben, aber Was ist das Surfing und Climbing? Das ist 1,650, okay Okay, dein Cocktail-Kleid für dich Was ist das Surfing? Das ist ein Fisch, das ist ein Fisch, das ist ein Fisch Das ist ein Fisch, das ist ein Fisch Okay, wenn du die Ripper rein, dann spüren wir das gerne Bitte, das Wort ist gar nicht dran Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Fisch, das ist gar nicht dran wenn du mit deinem Freund in Climbing Das ist eigentlich gar nicht dran Das ist jetzt ganz sicherlich, wenn du mit deinem Freund in Climbing Acht Aber beutzt, ich weiß ja nicht Ich würde ja Dean ja man Ich sage mal Dean Try it Take a look Ich hoffe, dass es passt Aber bei 48 Euro ist ein wenig wenig Warum würdest du sein? Sie kommen jetzt bloß hin Sie sind dahin genommen, meine fuck Naja Egal Jeder macht beim Fehler Jeder macht beim Fehler Kami Ja Ganz Das ist nicht ganz sicher Das passt gut Das ist nicht Top Was würdest du machen? Ich weiß nicht mal was ein Waste tut Zip up Cardigan Jacket Ich denke Ich denke Wir sind wahrscheinlich eh bei dem Ja das heißt wir sind wahrscheinlich eh hier Typ Type Wir können schauen was Wolltet Irgendwas Waste 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 Hine Wie Ich bin also dann gehe ich halt nur durch das geld der andere hätte wahrscheinlich die stripper schliefel haben wollen aber ja das ist wie ein vernünftiger es ohne aus du kannst sogar viel geld wo ist dein korgummi normalerweise hat so eine person immer einen korgummi im mund das würde dann besser aufblasen ich habe mir beides eingefreucht und ob das bis zum nächsten mal